Hallo und willkommen zurück zu Metro Last Light Ja, wir sind jetzt hier in so einer Station Letzte Folge angekommen, auch so in einem heftigen Battle Und wir müssen jetzt hier weiter gehen Und das werden wir tun Vorher vielleicht nochmal alles durchladen, sicher ist sicher Dann würde ich mal sagen Ab geht die Post Fuck, wie setze ich nochmal die Gasmaske auf? Ich hab's vergessen, nein, wie kann ich nur? Gepäck, Gasmaske, geh Hau dir die Gasmaske auf, Atom, genau Oh mein Gott, scheiße, das war wieder eiserst intelligent Oh mein Gott Fuck, sind das viele Scheiße Du retorst uns nicht Gleich In Ordnung, get here Oh mein Gott, jetzt zurück so eine Nische Hab ich ein Glück Was jetzt? Langsam vorwärts Was jetzt? Langsam vorwärts? Aufpassen Ah Ich will nicht Lasst mich in Ruhe Ich hab nix getan Verdammt, wo könnte er sein? Ich bin voll unschuldig So lange wir noch freundlich drum bitten Scheiß Nervensägen Euch werde ich mich garantiert nie ergeben Never surrender Ich muss erstmal schnell meinen Filter wechseln Jetzt Oh Mann Immer diese Steam-Scheiße Das nervt mich ja Langsam Ich geh da jetzt runter Ich kann doch nicht die ganze Beute von den Typen hier einfach so liegen lassen Ey, das geht doch nicht Das ist ja übelste Verschwendung Was zum Teufel? Das könnte ich mich auch fragen, Alter Warum tut er sowas So etwas Er flixt und zugenäht Du hast es erfasst Die Gesamtsituation ist eher unbefriedigend Hab ich das Gefühl Aber sitzt live Kann nicht immer alles glatt laufen Kollege Das Leben ist hart Mein Gott, wo bin ich denn hier gelandet, ey? Hä? Hä? Ruhig bleiben, Kameraden Oh Gott Heilige Mutter Gottes Und jetzt? Ich höre, dass ich da wohl durchgehen kann Oder wie oder was Okay, doch, ich kann durchgehen, sehr schön Zwischendurch lade ich einfach mal wieder meine Taschenlampe auf Die kann man immer gut gebrauchen Wir müssen noch irgendwas, dass wir einsammeln können Ja, da ist was Hier geht es aber jetzt nicht weiter Da muss ich doch an einer anderen Stelle durch Also wieder zurück durchs Feuer Ja, es ist zu warm Und hier lang Und, oh, verdammte Scheiße Noch eins Heiß Heiß Heiß, very hot, very hot Very hot Die Operation schreitet wie geplant voran Und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein Gut Das Experiment war erforderlich Wir müssen das General Corpus melden Machen Sie das? Jawohl Oh mein Gott Wo sind wir hier nur wieder gelandet, liebe Leute? Uns wird das Spiel echt immer Oh, damit hier sind viele Uns wird das Spiel echt immer zu den letzten Drecksorten hier Damit sind das viele Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht Hier drunter Das wäre richtig uncool Das wäre so richtig uncool Richtig uncool Damit habt ihr nicht gerechnet, dass ich mich einfach hier von unten so hoch schleiche, ne? Ja, ich bin ein sehr Ich bin ein sehr, sehr böser Kapitalist Hinterlistig und Oh, sind die Krass unterwegs, Alter Sind die krass unterwegs, ey? Die schießen einfach mal durch die Wand Scheiße Ich brauche einen neuen Filter Neuer Filter Neuer Filter ist drauf Weiter geht's Mein Gott Mein Gott Mein Gott Was wir hier alles für Chaos anrichten Hat das schon Nicht mehr normal Nicht mehr normal Nicht mehr normal, dieses Das bricht gleich ein Da kommen wir wohl nicht mehr rüber Da müssen wir wohl doch unten lang gehen So ein Dreck, Mist Aber Wayne Das Spiel lässt uns ja Wie immer Keine Wahl Ich gehe mal ein bisschen geduckt Er hat nochmal vorsichtshalber nach Wo seid ihr? Na ja Findet mich ruhig Ich will, dass ihr mich findet So ist es nicht Dann Will ich euch wenigstens los Mein Gott, Alter Die fackeln hier alles ab, Alter Was? Oh Gott Das ganze Drecksfeuer Sehe ich gar nicht Neidkürtchen Bringt das vielleicht was? Nein Absolut nicht Könnt ihr jetzt mal sterben, Alter? Ist ja langsam nicht mehr cool Irgendwann 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 Hört der Spaß auch auf Ja, von hier bin ich Von hier bin ich doch reingekommen Dann muss ich ja hier irgendwie Weiter Gehen Die Roten haben wir echt nicht so viel Durchschlagskraft Muss ich schon sagen Da habe ich Wirklich mehr von denen erwartet So, nochmal durchladen Beforts Hier Durch die Türe geht Und Abmarsch Oh Gott Was 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 Nein 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 Lauf Die Gasmaske ist kaputt. Nein. Oh mein Gott. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Krasse Sache. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Kranke Scheiße. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, hat Jan. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Interessant. Er ist ein echter Frauenheld, dieser Artyom. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Vielen Dank. Naja, Freunde, ich würde sagen, wir schmeißen wieder mal einen kleinen Cut in die Runde und mach ihn beim nächsten Mal dann einfach weiter. Bis dahin, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.